Servus und willkommen zurück zu Hidden Deep. Ähm, ja, nochmal ganz kurz Steuerung. So, Achtung, ich hatte ja die Frage, wie das mit diesem Unit 2 Dingsbums hier Absorber funktioniert. Bei Discord bekam ich neben dem Hinweis B für Brune auch die Sache, dass wir höchstwahrscheinlich mit dem guten Knallkorb hier unten zu der großen Metallkugel schwimmen. Und bevor er durch die Strahlung einfach stirbt, deaktivieren wir das Ganze einfach. Klingt sehr, sehr logisch, weil wir haben hier auch einen O2-Tank. Ah, das heißt, er wird nicht so schnell sterben, außer wenn ich weiter gegen die Wand schwimme. So, ach, verdrückt. Die Steuerung hier ist einfach so grausam. So, jetzt sind wir hier, das heißt, das wird deaktiviert. Wir müssen jetzt hoffentlich kein Blut verlieren. Geil, es hat funktioniert, er hat überlebt. Das heißt, wir können jetzt hier weiter und gucken, wie es weiter funktioniert. Wir haben uns einfach viel zu viel Stress gemacht. Ich habe den O2-Tank gar nicht gesehen. Und guck mal da, da ist auch schon das Ende. Nice. Also manchmal stehen wir auf dem Schlau, aber die Community hilft uns. Warte mal, du hast doch bestimmt mehr als nur die Pistel. Ja. Genau, dann... Ah, guck's mal an. Kack, Ding. Ich habe gewusst, dass da irgendwas nicht stimmt. Okay. Weg mit dir. So, kann ich das durchsuchen? Nein? Okay. Ah, 20 Schuss noch drin. Ich schieße da oben hin, einfach nur um zu gucken, ob ich irgendwas trigger. Ah, guck mal einer an. Wo ist man in uns? Weil wir haben ja gelernt durch Schussgeräusche. Oh, da ist auch wieder Strahlung. Oh, was bist du denn? Alter! Was ist das denn für eine Scheiße? Wie viel will das Ding denn aushalten? Oh, und noch mit dem Rücken am Abgrund. Premium. Okay. Ey. Sterb doch einfach bitte. Danke. Besatzung ist noch bei zwei. Okay. Dieses große Spinnending. Ah. War echt eklig. Zum Glück sind die mittlerweile relativ laut. Beziehungsweise. Haben wir uns angewöhnt auf den... Ey. Auf diesen Mist zu achten. Kack, Ding. Ey, okay. Große Spinne kotzt kleine Fliegen. Gelernt. Alter. Oh, was? Ah, das... Das ist doch grausam. Besatzung ist noch bei eins. Okay. Pistol weg. Ich will die Shotgun. Einmal komplett durchschladen. Okay. Wenn der Knallkopf jetzt hier nochmal sterben sollte, haben wir ein Problem. Du dummes Ding. Ja, geht doch. Tot. Ist da oben noch... Alter. Okay, da oben geht's weiter. Okay. Weg mit dir. Okay. Einmal durchschladen. Ich will da einmal nach oben gucken. Weil ich bin ein... neugieriger Mensch. Im schlimmsten Fall sterben wir einfach. Okay. Da geht's weiter. Okay. Kontrollpunkt gespeichert. Wären wir unten gestorben. Wegen der Strahlung. Ich möchte es jetzt nicht mehr ausprobieren, ehrlich gesagt. Komm her. Wir rücken langsam vor. Ihr dummen Dinger. Okay. Also ich muss erst sagen, die Fliegedinger sind ja schon scheiße. Aber die Spinnen sind ja noch beschissener. Okay. Das haben wir. Warum gibt's keine Handgranaten? Okay. Das Ende. Stimmt, wir haben das Ende erreicht. Nice. Ja, nice. Wir haben auch nur neun Leute verloren. Missionsstatus abgeschlossen. War zwar nicht gut, aber... Davon spricht am Ende beim Briefing eh keiner. Die freuen sich nur, dass wir am Ende alle zusammen Kuchen essen können. Wir brauchen schnellstmöglich vier Blocks. Ich bin ehrlich. Mit schnellstmöglich ist hier gar nichts. Kollege Schnürschuh. Da ist gar nichts drin. So. Erstmal sich jetzt hier ein bisschen... Übersicht verschaffen. Okay. Nice. Weg mit dir. Ah. Angeschossen. Hast du dir verdient. Okay, weiter sehe ich aber nicht. Okay. Das heißt, wir müssen noch eins tiefer fahren. Und... Hüpf. So. Einmal tiefer. Durchschladen. Alter, wie viel tiefer geht das denn noch? Okay. Falling Risk. Falling Risk. Geht's da runter? Aber da geht's ordentlich runter. Okay. Da ist mir nichts gemeldet. Dann... Dann... Einmal runter mit uns, mein Freund. Wie sieht's aus? Premium! Wir reden einfach nicht von... Okay? Wir reden jetzt einfach nicht von... Okay, da unten ist auf jeden Fall ein Block. Wo ist der Anakas... Ach, der Anakasper ist noch unten. Okay. So. Da unten ist ein Block. Kann ich mit dem... Techniker... ...irgendwas machen? Weil wir haben den ja dabei. Das heißt, der muss sich irgendeinen... ...Nutzen erfüllen. Okay. Ne. Hier ist nichts zu. Geht's noch tiefer? Okay. Tiefer geht's nicht mehr. Das heißt, es muss hier oben weitergehen. Dann nochmal tauschen auf Murphy. Dann muss es hier oben irgendwo... ...weitergehen. Naja. Zeig dich her. Zeig mir dein hässliches Gesicht... ...und ich erlöse dich von all deinen Qualen. So. Okay. Weg damit. Warte mal nach oben. Ja. Ah, das geht noch, oder? Doch, das geht. Nice. Okay. Da haben wir... Ah, Moment. Moment, Moment. Wir müssen ein Seil runterlassen. Der gute Techniker-Junge... ...hat ja kein... ...schicken... ...Fangseil-Enter-Haken. Ich schieße an die Decke und schwinge mich weiter. ...Gerätschaft. Kein Sprengstoff. Nein. Bewegungssensor. Die gute Brune. So, aber genau. Das Ding ist tot. Da unten ist nur das drin. Okay. Geil. Ey, warum geht die Musik so ab? Nicht in den Tod fallen. Mein Freund. Wir fallen nicht in den Tod. Okay. Ah, auf den Punkt war das. Einmal kurz am Boden festgetackert und gut ist. So. Er geht einfach nicht runter. Gehst du am Seil runter? Das wäre zumindest mal sehr wünschenswert. Was? Ich habe eine Fernbedienung. Das hätte mir gut einer sagen können, dass du was hab. Ja. Okay. Okay. Das macht es auch dann alles ein bisschen einfacher. Okay. So. Einmal aktivieren. Und dann gehen wir mal ein Stückchen tiefer. Genau. Da sind die Gerätschaften. Da sind die Maschinen. Was wir davon brauchen, weiß ich noch nicht. Da ist das Transportloch. Okay. Da oben geht es aber auch noch weiter. Bam. Okay. Ganz normale, beste Physik der Welt. Alter, du bist so unfähig. Danke. Murphy. Danke. Ich wollte gerade sagen, lass doch einfach die scheiß Brechtstange stecken. Der Kranraum. Kontrollpunkt gespeichert. Weg damit. Okay. Hier haben wir einen Schnickenkran. Und da sind die komischen Blöcke wahrscheinlich. Okay. Das hätten wir. Ah. Verstanden. Das heißt, Moment, wir müssen einmal runter. Wir müssen dann wahrscheinlich auf der anderen Seite das komische Transportfahrzeug nehmen. Die drei Blöcke da aufladen. Und dann wiederkommen. Genau. Da müssen wir rüber wahrscheinlich. Komm. Boom. Und R. Genau. Ich denke mal, wir müssen das Ding jetzt hier nehmen. Weil da ist schon ein Block drauf. Moment. Maschine verlassen. Okay. Baubeginn mit was? Okay. Das hätten wir. Jetzt hier einmal nochmal die Fernbedienung aktivieren. Rüberschwingen. Ich glaube, da müssen die Blöcke drauf. So. Boom. Ach, R. Genau. Bei ist gedrückt. Oh, okay. Dann müssen wir noch ein Stückchen höher. Aber jetzt, genau. Jetzt geht das Ganze. Jetzt können wir rüberfahren. Und das Ding sollte eigentlich genug Stauraum haben. Genau. Störung, Kipplaster. Ähm. Überfahren. Nein. Okay. Murphy. Wir brauchen einmal deine heilenden Hände. So, wo ist denn dieses Drecksding? Murphy, du bist einfach unfähig. Durch und durch unfähig. Aber da ist der Kran. Moment. Wenn da der Kran ist. Scheint keinen Strom zu haben. Ja, ich kann ja nicht rüber. Ist das euer scheißernst? Geht doch. Okay, da komme ich nicht hin. Einfach super. Einfach super. Ne, da komme ich nicht bei. Aber. Weg damit. Ah, Moment. Ich kann mich doch bestimmt da an der Decke entlang schießen. Und diesen blöden Block überqueren. Genau. So, mal gucken. Powerswitch. Guckt mal eine an. Jetzt haben wir Strom. Easy. So. Okay. Gibt es sogar Funken, wenn der irgendwo aufschlägt. Nice. So. Dann einmal. Auf damit, oder? Ich frage mich nur, ob die Dinge halt für meine Besatzung tödlich sind. Weil das wäre dann schlecht. Mach einfach mal auf. Genau. Guck mal. Als ob ich nie was anderes gemacht hätte. Kann ich beide auf einmal nehmen. Sieht gut aus eigentlich, oder? Komm, noch ein bisschen. Ganz normale Physik. So verhält sich jeder schwere Industriekran. So. So. Guck mal. Hoch damit. Das haben wir. Und dann nach vorne. Zack. Und. Hoch damit. So. Was hätten wir? Okay. Das knistert jetzt so lustig. So. Und ganz unten ist auch noch einer. So. Moment. Bringe vier Stabilisatorenblöcke zur Reaktor-Stabilisationsgrube. Okay. Ah. Okay. Da ist Lager 1, Lager 2. Verstanden. Gut. Da kommst du mal mit. Und dann gehen wir noch gleich eine Etage tiefer. Und gucken was da ist. Weil ein Reaktor-Block fehlt ja noch. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir den noch beikriegen. Ich finde es gut, dass die Physik hier in dem Spiel manchmal einfach nicht so komplett random ist. Ich gebe die erst mal ab, würde ich sagen. Ich gebe die erst mal ab. Genau. Mal zurückfahren. So. So. Du fährst jetzt in den Aufzug mit rein. Mit deinen komischen Knistersteinen. Und dann geht es jetzt nach unten. Ich frage mich bei der Musik jedes Mal, ob irgendwas Großes noch passieren wird. Ah, okay. Hast verstanden. Wir müssen das einmal schließen. Dann da drauf ausladen. Okay. Nach links kippen. Ah. So. Einfahren. Das ist ganz praktisch. Das ist cool. Du nochmal raus. Und ihr nochmal rein. Euer Scheiß. Ernst gerade. Halt da rein. Okay. Das läuft. Und wir haben uns jetzt bisher nur einmal dumm angestellt. Von daher, ich bin zufrieden. So. Der Kollege Schnürschuh wartet noch auf mich. Das ist gut. Ja. Da ist er noch. So. Aussteigen. Mit der Fernbedienung. Damit connecten. Und dann noch einmal eine Etage tiefer gehen. Ah, da war ich gewesen. Okay. Und da ist das Transportloch. So. Haben wir. Uah. Okay. Tab. Okay. Wir brauchen die Brückenbaumaschine. Ich glaube, das ist das andere Gerät, was links neben ist. Das wäre jetzt gerade ganz böse in die Hose gegangen. Ich glaube, das ist das Ding. Aber. Ich habe bislang auch nicht mehr Maschinen gesehen. Ja, guck mal. Brückenbaumaschine. Okay. Jetzt ist es wirklich ganz entspannt eigentlich. Und nur ein bisschen hin und her geschiebe vom Material. Und das machen. Und sell es. Also. Mal gucken, ob die Level noch anziehen. Aber das ist gerade sehr entspannt. Ah. Ah. Wie mache ich das denn jetzt? Okay. Okay. So. Die Maschine. Kommt jetzt mal da hin. Und du fährst die bitte raus. Murphy, hör bitte auf, so unglaublich herrnbehindert zu sein. Was stimmt denn mit dir nicht? Einsteigen? Alter, Leute. Ist das gerade euer Ernst? Nur dieser blöde Techniker. Kann das jetzt aktivieren? Okay. Kurz durchatmen. Dann. Kann Murphy anscheinend kein Auto fahren. Aber er kann richtig geil durch die Gegend geschoben werden. So. R. Da rein. Ne. Nochmal raus. So. Nice. Jetzt können wir die Maschine zur Seite fahren. Komm. So. Deaktivieren. Einsteigen. Weg damit. So. Gut. Connecten. Andere Maschine holen. Machst du bitte mal. Danke. Und eins. Und zwei. Bei mir hätten fast diesen blöden Truck da unten reingeballert. Ich glaube nicht, dass es gut gewesen wäre. Ach. Nochmal aussteigen. Aktivieren. Hoch damit. Das ist so reudig, dass der Techniker jedes Mal aussteigen muss. Okay. Dann fahren wir über das Brückenbaugerät. Das Spiel ist an und für sich richtig cool. Aber so ist das echt nervig. So. Das ist weg. Das ist da. Aktivieren. Rüber. Hoch. Weg. 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 Dich mal bitte. Blöden. Nein, 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 nein. Alter. Zum Glück ist einfach die Physik hier Premium. Und beim Thema Arbeitssicherheit. Ich glaube, da wird mich auch jeder fragen. So. Er ist tot. Murphy ist einfach tot. Premium. Oh, wie herrlich. Alter Murphy. Ich sage einfach gar nichts dazu. Ganz ehrlich. Er hat es irgendwo verdient, oder? Guckt euch an, wie er unten liegt. Was eine Scheiße. Jetzt darf ich da nochmal neu gleich ran. So, komm. Einmal runter. So. R. E. Ja, Murphy. Schön mal drüber. Hat er verdient, oder? Wer, wer so dumm stirbt. So, aber. Zurück. Bau beginnen. Was machst du jetzt? Lol. Tackert der sich gerade eine Brücke zusammen? Der tackert eine Brücke. Okay. Danke fürs Gespräch. Okay. Dann fahre ich dich mal da weiter. Okay. Mir schwarmt übles. Ich glaube, ich brauche das andere Ding nochmal. Aber Murphy, ganz ehrlich, dass du bei der Arbeit schläfst, das werde ich im Chef petzen. So. Hier gleich rüber. Hier gleich rüber. Den Kipplaster holen. So. Das passt. Aussteigen. Verbinden. Das ist echt reudig. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist richtig, richtig reudig. So. Bup. Okay. Okay. Hab's verstanden. Ich finde es einfach geil, wie immer ihr nach links guckt. Und jetzt nach rechts. Nach links. Und nach rechts. Okay. Das hat irgendwie funktioniert, auch wenn die Brückenmaschine jetzt einfach übel im Weg ist. Okay. Dann fahren wir die erst weg. Da ist der Kranraum. Du bist zu nahem Abgrund. Okay. Bin schon mal gespannt. Kannst du auch hier zu tackern? Lol. Das geht. Dafür war auch die letzte Platte noch übrig. Verstehe. Okay. Dann einmal aussteigen. Oh. Das sind ein paar. Das sind ein paar. Ja. Easy. Ah. Ich hab doch eine Pressstange. Okay. Das Ding ist unten eingesperrt. Ja. Okay. Ich hätte noch erst runtergekonnt. Und das ist eine Kackspinne. Ich hasse euch. Okay. Aber ich glaube, wir müssen einmal den guten Murphy wiederbeleben. So. Der gute Murphy ist wieder da. Ja. Okay. Sehr gut. Er kann einfache Abgründe überleben. So. Kann ich da runterlaufen jetzt einfach? Okay. Ich kann einfach runterlaufen. Er stirbt nicht. Achso. Ja. Nur Techniker können dieses komische Dingsbums bewegen. Hab's verstanden. So. Einmal gucken, dass alles sauber ist. Scheiße. Hab ich jetzt verkackt. Ist der Stromaggregator Dingsbums da unten? Scheint keinen Strom zu haben. Dreck. Weg. Okay. Warte mal. Die kann ich auch bestimmt wieder abbauen, oder? Was ist denn jetzt kaputt? Muss ich nochmal laden, oder was? Nee. Okay. Speicherpunkt laden. Äh. Das da. Jetzt hab ich den Weg nach unten verbaut. Der ist schon verbaut. Premium. Dann ist es eben der Speicherpunkt dein Ernst. Nee. Okay. Dann beenden wir die Folge hier. Nachdem Murphy hier gestorben ist. Ich spiele nochmal bis hierhin offline. Und dann geht's nächstes Mal weiter, weil jetzt nochmal die letzte Viertelstunde wiederholen. Das wollt ihr nicht sehen. Und das will ich euch auch nicht zumuten. Opfer. In dem Sinne. Haut rein. Und denkt dran. Liken, kommentieren, abonnieren. Das ist das Blut von YouTube. Davon wollen wir leben. Deswegen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüü.